Beutel mit rotem Pfeffersaum. Okay, dann müssen wir jetzt bestimmt die Dinger hier einpflanzen. Ich benötige Wasser, damit die Pflanze schneller wächst. Wo soll ich denn Wasser herkriegen aus der Wüste? Ein Messer. Ist zwar kein Wasser, aber ist ein Trank. Vielleicht kann man den mitnehmen. Megadünger, ich schätze mal, der sorgt für ein extremes Wachstum. Na, würde ja auf jeden Fall helfen. Zwecklos. Ah, okay, ich glaube, ich kann mir denken, für was wir denn das Messer brauchen. Wahrscheinlich für die Pfefferschoten. Megadünger. Ist das hier nicht eine Schautel? Ein verdorrter Baum an einem Ort wie diesem ist nicht weiter verwunderlich. Geh mal mit einem Messer drauf. Schaufel da hin. So. Das sieht noch nicht aus wie ein Stiel. Ich muss die Form korrigieren. Dann korrigieren die Form doch. Ach, wow. Das hat es aber echt gut drauf. So. Jetzt niest er natürlich. Wie geil. Wie geil. Oh Mann. Jetzt können Steinstatuen schon niesen. Ist das nicht toll. Also ich finde das auf jeden Fall toll. Ich bin ein bisschen kaputt jetzt. Wir haben heute den ganzen Tag aufgenommen. Und jetzt nehm ich noch ein bisschen Schuhlmates auf. Dass ich da auch aktuell bleiben kann. Und jetzt gucken wir mal. Wie der Bogen aussieht, wenn der repariert ist. So. Ja. Aber jetzt. Na jetzt. Jawoll. Hm. Warst du drei oder mehr identische? Wirklich jetzt. Ach du meine Güte. Ja. Mega Kombo. Hm. Wow. Das geht ja ab wie bei Candy Crush. Also ich habe das ja noch nicht gespielt. Aber. Ich habe ein paar mal zugeschaut halt. Okay. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Okay. Wir müssen wahrscheinlich. Das da rüber bringen. Okay. Okay. Dann gucken wir doch mal. Oder vielleicht müssen wir es einfach nur ganz runter bringen. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich habe es ja nicht gelesen. Warte mal. Ah ne. Nicht Magie. Aufgaben. Da helfen. Fassen drei oder mehr identische Bilder in einer Reihe zusammen. Um das Selena Amulett zu erhalten. Du gibst takes. Selenna. Ne das funktioniert mal nicht. Soo. okay das geht auch nicht da haben wir noch einen Pilz und dann das Tränkchen hier rüber und so und so ich weiß halt jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht was ich hier machen soll bzw. wie lange ich das hier machen muss ob ich das nur ganz runter bringen muss oder wie das genau abläuft ich hab keine Ahnung so dann nochmal das noch hmmm ein Schnack ist das besser? ja okay wir müssen es also nur runter bringen ähm nom 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 so jetzt bräuchte man eigentlich einen Pilz oder so oder einen Trank wäre auch nicht schlecht so gucken wir mal ja beruhig dich so ach guck mal an so wieder ein Stückchen weiter nach unten hmmm Servus Leute und willkommen zurück bei Let's Plays aus der Kuschelkiste ähm mir ist gestern Abend das Spiel abgeschmiert ich habe es dann probiert nochmal aufzunehmen und ja es wollte einfach nicht warum auch immer ähm es liegt bestimmt daran dass mein Rechner so scheiße ist ne natürlich nicht es liegt 100 Porn im Spiel das verträgt sich wohl irgendwie nicht und jetzt zockt mal ne Runde Candy Crush hier weiter ja ok so ich bin jetzt auch ein bisschen fitter als gestern Abend weil wir eben ziemlich lange und ziemlich viel aufgenommen haben und das merkt man eben schon so ein bisschen zumindest so da haben wir das erste Stückchen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020